So, jetzt können wir hier reinwalzen. Vorsicht! Okay, jetzt wird es langsam hier drüben kritisch, oder? Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Die Rune ruft. Sie sind überall! Die Rune wird sofort ausgeführt. Sie ist die Reihe unverzüglich. Weiter zurückziehen, weiter zurückziehen. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Weg mit den Priestern, dann wird alles besser. So, jetzt den hier ausknipsen. Ja, die Säule berühren. Sie haben Erfahrungspunkte erhalten, die uns nichts mehr bringen. Oh! Das sehe ich auch nicht. Sie haben hier aus! Verstanden! Ach! Ah, dankeschön. So. Okay, wir können nicht nach da hinten latschen. Ist angekommen. Habe ich jetzt eigentlich Brander oder? Ich habe Brander, okay. Was wünscht die Rune, wird sofort ausgeführt. Wo kommen die her? Auf meinem Befehl. Bringen wir es zu Ende. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Sache ist halt, sobald ich glaube ich die Hälfte... ...und los! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Sobald ich die Hälfte aller... ...steine ausgeschaltet haben, müssen Skorpione... ...eiserne Skorpione spawnen. Auf mein Zeichen! Schließ sie rein! Tue, liebe Fohlen! Wo sind die Gegner? Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Sie sind überall! Wahrscheinlich wären noch mehr Schleuderer besser gewesen als die Ork-Brander. Oh, wir haben eingefroren... ...die Jungs hier. Auch gut! Warum habt ihr mich schlug? Aber sie sind nicht mehr eingefroren. Okay. So, das heißt der nächste Schad-Tempel da drüben. Ja, riesig, Rene. Ja, schön! Warum habt ihr sich gerufen? Damit du den Sehensspied wegmachst. ...machst. Ihr kriegt nicht vorbei! Kämpft! Kloppt! Kloppt pas mit dem Ruf. Bastel! kämpft verschwinde vorsicht so neben noch sehen spiele das sollte ich ja sehen achtung ja es neben auf jeden fall noch welche mein kommandos bereich wir nach und los okay das wollen wir definitiv nicht dass ihr dazu nach auch gut wo kommen die her reißt den schwarzen Turm ein dann bin ich wirklich weit der da auf meinem Befehl schnell ist doch nicht ganz so gefährlich wie auch immer der da unten hinkommt ach du meine Güte verteidigt euch wir sollen weggehen sorry aber da kann ich neu laden da kann ich neu laden zurück haben wir gespeichert ja und los bevor hier die Lucia abging bringen wir es zu Ende zurück mit euch und ja da kann ich auch meinen Fehler gleich beheben wir brauchen keine Brande kämpft sie sollen weggehen Achtung zurück mit euch auf mein Zeichen was ist passiert folgt mir ich hab total auf den einen schwarzen Turm da vergessen haltet durch Männer die Rune ruft feindlicher Angriff unverzüglich der ist aber da auch richtig gemein platziert der schwarze Turm zu befehl zu befehl unverzüglich die sollen weggehen oh ich sehe aber auch nicht gerade gesund aus jetzt Hand auflegen bitte Hand auflegen bitte die sollen weggehen die sollen weggehen geh zu mir aus so diesmal geschafft oh ja jetzt kommt dann demnächst der Angriff da drüben nochmal deswegen Werfer und Schleuderer verstärkt die Deckung sie sind überall was wünscht die Rune auf dem Weg kämpft ja die sollen berühren dass ich jetzt sterbe war jetzt nicht so schlimm weil ich kann keine Erfahrungspunkte mehr verlieren auf max level was nervig war war dass meine gesamte Nahkämpfer Truppe tot war so alles gut soweit hier drüben hier drüben So, hier lag nichts mehr. Eure Versuche langweilig sind. Auf meinem Befehl. Warum habt ihr mich gerufen? Zeit zu sterben. Auf mein Zeichen. So. Auf meinem Befehl. Schnell. Bereits. Auf mein Zeichen. Schnell, bringen wir es zu Ende. Was ist? Verstärkt die Deckung. Schließ die Reihen. Ich habe einen Werfer zu viel gemacht. Feindlicher Angriff. Ach, das ist auch nicht so schlimm. Was ist? Hä? Hm? Hm? Ja.